ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play company of heroes 2 ja wir spielen auf der map anger mündel und zwar als sowjetunion mal wieder ich habe ich habe ja mein name 3 altes live server damit wollte ich schon mal anfangen mit dem thema und zwar geht es ganz einfach darum dass altes live ja das auf den server nicht so viele spielen bisher und ich beschlossen habe wenn dann nicht noch mehr kommen in der nächsten zeit weil ich glaube ich haben wir haben vielleicht 10 15 spieler dann werde ich den zwar wahrscheinlich dann zu machen weil 10 bis 15 spieler sind für alles leicht noch zu wenig da müssen ein paar mehr kommen jetzt muss ich ganz kurz ins team nummer offline gehen also bevor mich jetzt hier leute wieder anschreiben gut also deswegen würde ich nicht sein bisschen mehr öfter kombiniert wie das zwei spielen ihr werdet ein paar mehr wie das kriegen ich habe jetzt auch meinen neuen router und eine neue neuen wlan usb stick und deswegen kommen dann auch mehr videos weil natürlich jetzt wie das internet funktioniert wie am knirchen würde ich sagen beziehungsweise habe ich noch nicht getestet weil es mein allererster testen ist mit dem internet aber sieht schon mal nicht schlecht aus keine verzögerungen keine lags also es wirkt schon mal gut wie immer nehmen wir natürlich den partisan taktik an sich meinerseits gesehen die beste taktik nehmen mal den hier ein gut dann meine anderen einheiten sind noch gebaut ok ok die die produktion jetzt schon die werden das hundertprozentig in die mitte liefern aber die sagen ich schicke die pioniere die pioniere die sollen mal dahin gehen ja und die rekruten hallo aber ich habe ja auch noch woher gehört kommt ja ich habe doch mal den guten tuch gehört will ich jetzt selbst immer richtig aber doch da das sind ja die schicke ich mal da hoch so dann muss ich mir wieder hotkeys Gut okay jetzt muss ich mir den tag die überlegen Erstmal rekruten holen bis zum umkippen Und ich würde sagen im gela um und doch von granatwerfer im gela ist das auch wichtig Der Obwohl sagen wir gleich in die mitte Die haben schon munitions und treibstoff lager fertig Okay, ich weiß ganz genau wie sie spielen wollen aber das kann ich auch wenn ich will Dann hole ich mir auch jetzt hier ein treibstoff lager es geht ja gar nicht Und das ist schon eins wir müssen Okay, der auch Treibstoff lage gebaut Im gt robot befehle bei mir oder bei den gegnern aber gegner Mh haben sie schon eingenommen Wie geht's hierzu okay liefern sich in battle Okay, wir haben leichtes fahrzeug scheint gut Dann nehme ich diesen punkt hier Eine sichere stellung Ah ne Gehen wir mal Obwohl gehen wir gleich hier rein So Gut dann sollen die da Das habe ich Zur Sicherheit Obwohl Doch da Das passt schon Okay, ich muss ein bisschen taktisch denken Das Äh Da muss man nichts mehr überlegen Also Was wohin kommt Ein paar Partisanen vielleicht mal um die auszutesten Ich probiere mir mal ein Partisan aus Mal eine Partisanen Einheit kann ja nicht schaden besonders am Anfang Dann schickt man zur Partisanen Einheit auch nochmal die dazu Okay, im gt ist schlecht Dann gehen wir lieber hier hin und sichern das hier mit Na, wo sind die Partisanen Ah, die laufen hier rum Okay Schieße auch gleich hier hin Wir brauchen diesen punkt Partisanen Okay Gut, dann brauchen wir Was do we need Ein Mörsertrupp haben sie in die Dann machen wir uns doch auch mal ein Ein Mörsertruppchen Oder ne, wir holen uns jetzt mal ein Treibstofflager Damit das ein bisschen schneller geht mit der Treibstoffproduktion Die bauen lauter Treibstofflager Ich weiß, ich kann mir schon denken, was die wollen Hm Was Ah, okay Ah, okay Sie wollen battle mit dem Wasser Sollen sie battle mit dem Wasser kriegen, oder? Ah Komm Wir haben das Feuer auf uns eröffnet Rössertrupplager fertig Eieiei Die haben schon kaum Phase 1, die Gegner Okay Wir haben Verlusten Pioniere Einsatz Wir gehen rein Wir flüchen auf Neuer Glänatier-Trupp ist da Und wo, das muss ja mal da drin Die machen hier ein Sperrfeuer drauf Ich weiß es ganz genau Ja Geht mir hier raus So, die sind wir hierhin stürmen Wir werden uns auf diesem Territorium raus Wir haben den Beschen Zinke Partisanen mit Fahrzeugabwehrwaffen Kampfbereit Wir haben den Marschbefehl erhalten Okay Panzerjäger Partisanen Die werden jetzt Kampfphase 2 Die holen hundertprozentig Panzer Ich bin mir sicher Ich hole mir jetzt Panzerjägerpartisan Beziehungsweise Divisionsfeldkanonen Um das abzuwehren Weil die legen jetzt ihr ganzes Geld Dann wahrscheinlich da drauf So das Gefühl zumindest Und die schaffen sie es Weil da ist ja auch einer Okay Halbwertenfahrzeug Ja dann holen wir mal unseren Mörser Dahin So Und Mehr Recruiten Panzerabwehrgranaten Wollen wir es danach auch gleich noch Obwohl Wir brauchen jetzt dann auch nochmal Pioniere Wo hatte ich die nochmal platziert Die Pioniere Die Pioniere die waren Oh festgenagelt Komm Ähm Pioniere hatte ich doch hier oder Ja Schicke ich die mal zurück Okay Und dann Panzerabwehrgranaten Für meine Leute Ja wegen sowas eben Ah sehr gut Der hat schon mittleren Panzer Das ist Das ist natürlich vorteilhaft Ähm Ja ich muss Auch nochmal gucken Unterstützungswaffenkompanie Ich würde es dann auch mit dem Die nicht mit dem paar mal Die deutschen spielen Weil die deutsche habt ihr auch noch nichts gesehen Da muss ich nur gucken Welchen Kommando ich verwenden werde Aber das sehen wir ja dann Also Unterstützungswaffenkompanie Nein das will ich nicht Ich muss ein bisschen sparen Aufnehmen Komm Komm Also Auf geht's Und wir drücken mal In der Mitte vor Weil die brauchen Unsere Unterstützung Das lassen wir uns nicht 200 sagen So und Holen uns Eine mechanisierte Panzerkompanie Mit dem Jagdpanzer So Sehr gut Ähm Okay Soweit so gut würde ich sagen Aber wir müssen auch unsere Punkte hier sichern Das dürfen wir nicht vergessen Hauen wir doch mal ein Mörsersperrfeuer mal hier hin oder Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen aufrücken aber Das ist ja kein Problem ne So Also dann Auf in den Krieg Wir schleichen uns von da an Finde ich gut So pioniere halt Oder ne Rekruten halt Wir lassen erstmal die Panzerleute vor Weil da so ein schönes Auto steht Weiter vor Weiter vor Bam Komm schieß Schieß doch Alles nicht gut Ne Unterdrückungsfeuer geht gar nicht Da müssen wir nochmal zurück Da holen wir uns erstmal ein Fahrzeug würde ich sagen Panzerikanonen Holen wir uns auch nochmal dazu Und dann holen wir uns den mittleren Jagdpanzer Su85 Wo sind Wo sind eigentlich Die anderen Truppen Der hier Trupp 6 Achso Die haben es da noch überlebt Ja achso Wusste ich gar nicht Ja das ist doch mal gut Ja dann würde ich sagen Wir halten uns hier bereit Weil ich glaube die kommen jetzt wieder Aber die haben Die halten auch nur die Mitte ne Dann Ne Panzer 320 Ich könnte mich schon selbst verlettern Aber ne Tank So damit sie Bescheid wissen Und ich hole mir jetzt auch einen Oh noch ein mittlerer Panzer Wieder von demselben Aber das ist doch schon mal gut Ich wollte es denen nur sagen damit sie Bescheid wissen Dann drücken wir mal auch hier auf Treffen uns hier alle Und schließen dann auf Zu unseren Freunden hier Und ein Spiel in den Arschen Jetzt wir können wir mal kurz mal raus So schauen wir mal kurz auf die Kommando Okay die schicken Panzer hier ein Und hier noch ein Speerwagen Die schicken den Richtung unserer Position hier hin Okay das ist nicht gut Die schicken den hier her Dann müssen wir gucken Das ist schlecht In das Haus da Okay Dann hole ich erst meinen Jagdpanzer SU Bevor das dann hier kracht Also auch ein Hotkey sitzen SU 85 Jagdpanzer Jawoll Na wo bleibst du Ah der kommt von links Ne Du willst von rechts kommen Hallo Ah ne da unten Also dann ein Jagdpanzer Weil sie in dieser Position wieder Wollen wir noch ein Panzerkommando Auch noch dazu Und das nächste wird dann wieder ein Panzer Wieder ein mittlerer Jagdpanzer Ah okay Die kommen schon hier Wahrscheinlich wollen sie den Punkt einnehmen Ach Gott der wird nicht mehr lang leben Den setze ich mir auch im Hotkey So Und schon mal Hotkey Okay Gut So Geh mal wegen Gas mein Freund Feuer Oh Gott Ja komm Da sind wir treffen Ach du Scheiße nein Okay zurück Zurück Haben die Sicherheit Ah genau Wir haben hier auch noch welche Ach das wärs gewesen Ne ne warte Da fahren wir nochmal hier hin Holen uns noch nen Panzer Nicht vergessen natürlich So Und Schnappen wir uns die Mitte Meine Freunde Jetzt geht's los Bäm Alle mal Hier hin Auf geht's meine Freunde So Ich hole mir noch nen Pioniertrupp dazu Falls mein Fahrzeug drauf geht Hier hin So die zurück Attacke Die angreifen Dann Brauche ich Ist mein zweiter SU schon wieder da? Da holen wir noch einen Dann haben wir drei Dann holen wir den zweiten noch zu uns Zu Punkt hier Dann ziehen wir den hier ab Auch Rückwärtsgang hier hin So Weil hinten ist er verbundbarer als vorne Von dem Wenn sie ihn vorne treffen Ist er gerade mal Hals so schlimm Oder Viertel so schlimm Wie Wenn sie ihn Von hinten treffen würden Schauen wir Drei Okay Das wird jetzt schon krass Ähm Dann holen wir uns den linken Punkt wieder Dann fahr ich den hier auch nochmal zurück zur Basis Schnappen wir mal hier neue Einheiten Schick die mal hier hin Da brauchen wir Noch ein Ja was brauchen wir Ja Ich würde sagen Den normalen Trupp Normalen Rekrutentrupp Und dann Holen wir uns das nochmal schnell Ach du kacke Attacke Feuer Hinterher 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 Den Panzer Hinterher Den Panther Hinterher So rum Komm 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 Gas Der Panther ist so schnell Ja Sollen sie sich mucken Oh scheiße Oh scheiße nein Wir sind getroffen Zurück zur Basis Komm Zurück zur Basis Schickt mal Verstärkung hier hoch Und ein paar Stationen Trupp auch noch gleich Oh Gott Komm Ich brauche hier Verstärkung Oh shit Das geht schief Glaube ich Okay wir brauchen hier Anscheinend Wie es scheint Den Su85 Nochmal zurück zur Basis Dann Den Su85 Schickt mir zur Unterstützung Zu dem Su85 Dann brauchen wir noch Ein Ja Schickt mir Den auch noch dazu Erstmal hier hin Was 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 Das macht der Achso Und dann Einen Rekrutentrupp Zur Reparation Bitte Zum Su85 Gut Schauen wir was Gegenheil zu haben Da kommen Panzerfahrzeuge Da kommt ein Panzer an sich Da Und Panzer sind Wahrscheinlich Überall Okay die greifen hier Wieder Den Punkt hier an Ja okay ist klar Dann müssen wir mal gucken Wie wir das jetzt weiterhin machen Ich glaube ich will mir noch mal Nochmal ein Jagdpanzer Su Ah ja ich finde das genial Warte dann soll der mal anhalten Jetzt bitte Und dann hole ich mir noch Ein Su So dann versammle ich Alles Us Die ich habe Hier in der Nähe Mal dahin So Su85 Zurück Ah okay die haben auch schon Mittlere Panzer Viele Ah der Flammpanzer Ach der ist auch geil Muss ich schon sagen So Was haben wir Okay Jetzt weiß ich gerade Nämlich nicht Ich kann mir keine Einheit mehr kaufen Wenn ich Panzer bauen will Aber das hat auch seine Nachteile Brauche hier eine Einheit Habe ich noch irgendwie eine Einheit frei Was ist das für ein Selbstverordnere Nein Erbräunig Aber wir müssen uns beenden bevor sie weitere Panther haben Das heißt Infanterietrupp Wer drin Glaube ich Infanterietrupp Und das wird nun direkt hier hin Gut Dann schicke ich meine Panzer jetzt vor Gut Ich muss mal gucken wo die Panzer sich aufhalten Gut Dann bitte mal alle meine Panzer da hin Ah Schau mal wer da hämmert Hör mal wer da hämmert Feuern 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 los Feuern 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 Okay jetzt auf den anderen So Freund Deine Panther kannst du dir mal sonst wo hin Schieben mein Freund So Rückzug 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 Die auch nie drauf mit Mörser und sonstiges So Rückzug Auf geht's Zur Reparation zurück in die Basis Dann Brauchen wir noch einen neuen mittleren Jagdpanzer Und die Pioniertruppen Ah da war ja noch einer Stimmt genau den hab ich ganz vergessen Haha genial Also haben wir jetzt da gleich vier Und zwei Panzer ausgeschalten Und Panzer Panther sind echt teuer Das ist natürlich sehr gut Das ist natürlich sehr gut Sieht man was so eine kleine Armee alles anrichten kann So warte dann stellen wir die schon mal so auf Und dann lassen wir die mal reparieren Gut Brauchen aber auch lange bis sie sich mal gedreht haben Oh Okay Das sehe ich gerade auch erst So mal eine Granate auf den Panzer Boom Und Rückzug Zur Basis So aber das kriegen sie jetzt dementsprechend auch wieder zurück So Bitte mal repariert den da So gut Und dann hole ich mir Ah da ist unten Gut Den stellen wir gleich dahinter Okay Und Was wollen wir uns noch Noch einen? Ja noch einen Oder Einer geht noch Also ich meine man muss Man gönnt sich ja sonst nichts Schauen wir wie lange die ganzen Viecher überleben So noch einen Hätte ich jetzt ziemlich darauf hingewiesen Dann werden jetzt ja den ganzen Einheiten Futschi Aber ich bin hier so nett So der Panzer ist gleich komplett fertig Dann brauchen wir noch den reparieren Und dann war es das glaube ich So den noch reparieren Und dann können wir auch schon wieder aufhören Und dann ist der Panzer hier auch fertig Und dann kannst du losgehen wieder weiter Mit dem Panzer Battle Das ist dann hier gleich abgehen was Wie sonst was Aber ich schicke meine Recruiten da noch mit Gut Gut wenn der jetzt gleich fertig ist Und der kreiert ist Dann schicke man die sofort los Also ich schicke jetzt schon mal die Rekruten los Und Pioniere lasse ich auch nochmal bauen Und schicke sie hier hin Und die da lasse ich dann gleich sofort vor Jawoll So Ich schicke die alle mit vor Weil die Rekruten sind Die Pioniere sind wichtig zum reparieren Gut okay Okay auf geht's Rööhn Den 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 Super Genial Die Dinger Genial Muss ich echt sagen Die werden sich jetzt wahrscheinlich wundern Ah, das sind ja 5 Panzer, ne, ja Darf man natürlich nicht vergessen Oh fuck, die machen hier ein Artillerie-Spierfeuer Das Panzerbataillon Ja, komm, fahr zu, mein Freund Ihr soll doch einfach durchfahren Mein Gott, das ist ein Panzer Ah, jetzt hat Geht doch Auf geht's Draufhauen Ah, wir müssen ein bisschen weiter zurück Rückwärtsgang Wollen wir ein bisschen Platz machen hier Okay, Panzer mal vorrücken Die hier auch vorrücken Machen wir ihnen die Hölle halt, ne Okay, dann brauche ich aber nochmal einen Pionierdrupp da vorne an der Front Ähm, und dann noch einen Und dann nochmal rekruten, die auch an der hier sind Oh fuck, zurück, 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 alle zurück Rückzug, rückzug, rückzug Oh nein, das sieht schlecht aus Rückzug, rückzug, rückzug Okay, die beiden Panzer fahren zurück zur Basis Das geht nicht, so riskant Ähm, die anderen können noch weiter Warte, denen machen wir jetzt mal Platz erstmal Gut, die fahren zurück Werden erstmal repariert Dann hole ich nochmal einen Rekrutentrupp, damit sie den auch wirklich reparieren werden Den platziere ich dann hier hin Und dann müsste jetzt auch schon der Rekrutentrupp auf dem Weg sein dorthin, ja Ja genau, der kommt jetzt hier, der Pionierdrupp Die können jetzt gleich da hinfahren Und dann kriegen die Panzerunterstützung hier von Und die stellen sich in Formation Richtung da auf Sehr gut Okay Gut, die Panzer sind angekommen Wo bleiben die Pioniere? Egal, komm gleich Meine Dinger stehen unter Beschuss Okay, Feuer Warte, der Rückwärtsgang Ein bisschen hier hin So Oh fuck, okay Geh alle, alle zurück Zurück, zurück, zurück Zurück, zurück, zurück Zurück, verdammt Legt nur Rückwärtsgang ein Okay, die da auch Rückzug zur Basis Wie sie immer hier Artillerie-Sperrfeuer hier draufhauen Dann hole ich mir halt einen Partisan-Trupp, das geht auch Gut, repariert mal bitte den hier Okay In der Mitte geht's auch rund, ne Aber da hauen sie auch rein Okay Dann sollen wir meine Panzertruppen da vorrücken Dann schalten wir die Gegner aus Die sich da in der Mitte Befinden, ja So, die reprieren hier noch Auf geht's, Panzertrupp Meine Rekruten sollen schon mal hierhin gehen Ach du Scheiße Panzer, 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 Alarm, Alarm, Alarm Auf geht's, schieß ihn ab Oh nein Das wird er bereuen So, okay Okay, du Rückzug, 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 Rückzug zur Basis Rückzug zur Basis Verdammt Das war's für den Panzer Der schafft's nicht mehr Verdammt Ein Panzer, zwei Panzer sind gerade eben draufgegangen Aber auch nur wegen diesen Pantern Die sind echt auch krass Muss man auch sagen So, wenn die nicht koordiniert werden Wären Dann wär's nicht so schwer Aber Es steht auch gar nicht mehr so schlecht Wir sind ziemlich auf gleicher Höhe mit dem Gegner Aber das ist halt ein Battle Das ist echt krass, muss ich echt sagen So Panzerzeug Der Panther hält so viel aus Das ist echt krass Okay, Rückzug Rückzug, nein, shit Okay Wir brauchen Wir haben leider keine Schwerenpanzer Deswegen sind die Deutschen auch wirklich Wenn es um Sachen Panzer geht Viel, 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 viel besser Okay Wir brauchen hier mal einen Trupp, bitte Absicherung Was ist das hier? Ein mittlerer Ein mittlerer mach ich locker Die russen mittleren Panzer sind besser Als die deutschen mittleren Aber das Problem ist halt Dass die schon einen fette Panther haben Und da können Selbst deutsche Panzer nichts Selbst russische mittlere Panzer nichts gegen machen Da sind einfach die Deutschen besser Aber ich könnte mir auch so einen Raketenfahrzeug Was würde ich wollen hier Das ist cool Die Katyusha Die hat nämlich rein auf weitere Distanz Jetzt hole ich mir jetzt nicht Hole ich mir lieber nochmal einen mittleren Jagdpanzer Würde ich sagen Den ordere ich mir auch noch gleich dazu Weil ich glaube jetzt gleich werden wieder So ein, zwei drauf gehen So gut Wo ist der andere? Sehr gut Okay Auf geht's Panzerbataillon Wir fahren in die Mitte Los attack Okay wir rücken vor Voll die Panzer Das reinste Panzerbattle hier Okay Dann rekruten Schicken wir schon mal wieder hier hin Weil das wird jetzt dann frei sein Und hier meine ganzen Jagdpanzer Die fahren jetzt erstmal daher Rückzug Der da fährt jetzt erstmal zurück zur Basis Den da schicke ich dafür in die Front So Wir können so stehen bleiben Das passt schon so Gut Ähm Okay Ein bisschen weiter vor Oh verdammt Okay Okay Weg 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 Da kommen Bomben Boah das war eine eisenbahnkanone Eieieiei Scheiße Panzerbataillonskommando Auf geht's Wir brauchen hier drüben Dann noch Verstärkung Für meine Truppen Panzer für Granate Schon mal drauf werfen Nochmal eine eisenbahnkanone Jetzt das maria Okay Dann geht es jetzt auch Für den hier hin Und Den da bitte mal reparieren So Äh Ne okay Wir gehen da hin Wir fahren da hin Ah okay Die machen wir locker Das ist doch auch ein Panther Ja das war ein Panther Aber der hat keine Chance Gegen so viele wie ich halt Ja ist klar So aber Der Bunker Glaubt jetzt mal dran So dann brauche ich Hier ein Partisanen Panzerbataillonskommando Abwehrtrupp Dann hauen wir uns dazu Und Die da mal ein bisschen Zurück Richtung Hier Weil sonst macht er wieder Seine eisenbahnkanone drauf Das kann ich nicht leiden Gut Ähm Ah okay Flammpanzer Perfekt Äh Dann brauche ich noch mal Rekruten Rekruten Beziehungsweise Pioniere mal hier Und ich brauche Einmal Noch Einheiten Bitte Aber die Gegner holen Die Stocken auf Würde ich sagen Ja okay Sollen sie aufstocken Sollen sie es versuchen Okay Gut Der hat schickt auch Einheiten Dann bilden wir jetzt Da mal Panzerabwehrlinie Dann schicke ich mir Meinen hier auch noch dazu Und Ähm Ne selbstverletzte Brauche ich es nicht Aber dann hole ich mir noch Einen zweiten Ne Entschuldigung Einen fünften Äh mittleren Jagdpanzer dazu Falls nötig Ach Ne Dann sind es sogar sechs Oder Ach ne Einen fünfter glaube ich Okay Rückzug Rückzug hierher Und Meiner Gibt Gas Er fährt nur Irgendwo mehr hin Dann kann er gleich Wieder zurück zur Basis Ja bitte mal Zurück zur Basis Mit dir Halt Stumm Sturmformatierung Der Panzer soll die mal jagen Der Panzer soll die jagen Ja Gute Nacht Mittlerer Panzer Ja Denkste Das sieht man wieder Wie wir abräumen Ach du scheiße Das ist voll der Veteran Okay Scheiße 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 Das ist gar nicht gut Der hat der Rückzug Aber der schafft es nicht mehr Der schafft es nicht mehr Oh nein Oh nein Ah das ist der Tigeras Oh Tiger Ne Ja doch Das waren Tiger Er ist Tigeras Keine Ahnung Aber der ist Der ist echt hammer Der Panzer ist Wahnsinn Okay Dann brauchen wir nochmal Panzer neue Das wären sonst wieder zu wenig Rückwärtsgang Okay wir brauchen Einheiten Wir brauchen eindeutig Einheiten da unten So ich brauche hier oben eine Einheit Obwohl ne Ich schicke mir erstmal hier eine Einheit Einheit hier Und die Einheit schicke ich mal hier hoch Das ist kein Problem Und da geht schon wieder rund Oh ja Okay Vorsicht Oh verdammt Nein Ganz schlecht Ganz schlecht Ganz schlecht Rückzug Rückzug zur Basis Wir brauchen hier auch noch einen Pioniertrupp Ich sehe Der schicken wir auch zurück Und der soll mal den jetzt covern Weil der schafft es nicht mehr Oder schafft es noch Der hat einen schweren Flammenpanzer Oh nein Das sieht vielleicht aus für uns Der Der ist zu schwer Ah ne Ja ok Ein Schuss im Rücken Und der hat nicht mehr viel zu sagen Der Freund Oh haha Jetzt kommen da noch Weitere mittlere Panzer Ja dann Ah die deutschen Panzer Die stecken ein Die stecken echt ein Das ist echt Hammer Die einstecken Ok zurück zum Reparieren Von den Waffen Von den Waffen Repariert mal bitte den hier Der hat ja schon fast am Abfackeln Gut Und noch Sind noch einen Bräutern wieder Einen neuen Das ist voll der Kartuscha Fan Obwohl die aber echt In Massen viel bringen Boah Schweren Sturmpanzer KW2 Oh der ist geil Aber das ist voll das Panzer Let's Play In COH Wahnsinn Und es geht schon so lang 40 Minuten Boah Wirklich wirklich krass Muss ich sagen Und da war ein Flugzeug Dann müssen wir jetzt mal Irgendwie das Matchball beenden Ok 86 Ja dann würde ich sagen Wir gehen Wir fahren gleich wieder los Wir fahren jetzt los Bis die da sind Es sind jetzt schon vorbei Auf geht's Und der hier auch noch Zu zustoßen Vollgas voraus Und das ist immer sein 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 Ah jetzt Ok Gut dann fährt er jetzt auch schon wieder los Und die kommen mit Die können auch nicht starten Und dann nochmal Hier einfach mal Ein Ding hin Senden Ah jetzt steht sich da Eine Kürtische im Weg Das ist schlecht Ah geil Telefon Nein Brauche ich jetzt nicht So Hierher Auf geht's End End Battle Boah die Panzer Hauen echt rein Ok Ja das Match ist gleich vorbei Aber ich muss echt sagen Das war jetzt echt ein geiles Match Muss ich sagen Also Es war immer so eine Situation Wo wir gesagt haben Ja Fast hätten wir gewonnen Fast hätten die Gegner gewonnen Oder es stand immer so ein bisschen komisch Aber letztendlich haben doch wir das Match gemacht Und das darauf sind wir stolz 4 gegen 4 Auf der Map Macht echt Spaß Und echt cool Ja und jetzt haben Treppe einen Feind nur noch 5 Punkte Ja und das war's meine Freunde Ja super Ähm Das passiert mir öfter Aber dann war's das mit diesem Let's Play Und wir haben das Match gewonnen Ja Wir haben es gewonnen Das ist ein Sieg Für die Sowjetunion Dann schauen wir mal Ob ich im nächsten Let's Play Ähm Mal Die deutsche Spiel Schauen wir mal Und dann sehen wir uns dann wieder Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao